Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Multiplayer-Modus von The Last of Us. Und an meiner Seite ist natürlich... Genau, hallo Elodia, ich wollte dich gerade ansagen, aber du hattest wahrscheinlich Angst, ich würde dich wieder übergehen, deswegen hast du einfach hallo gesagt. Hallo, ja, ich hab mich fast verschluckt dabei. Übel, übel. Ja, nicht gut. Und salute, natürlich. Richtig, ich mach auch salute, ne, das ist ja unser Begrüßungs- und Verabschiedungs-Signalzeichen. Und wir sind im Überlebenden-Modus nach wie vor und diesmal spielen wir mal wieder Busdepot und hoffentlich wird es mal eine gute Runde, denn die Elodia ist kein besonders großer Fan von Busdepot. Mag ich nicht. Busdepot ist für den Po. Der war doch da oben. Der war da, ich schwör, ich schwör, alter. Oh, das ist immer so. Ja, du kriegst den, gell? Ja, du kannst das. Na, ich will dir mal den Kill nicht klauen. Oh, du bist umzingelt. Ja. Oh, die sind nicht geküscht. Die waren nicht zu voll gestatten. Jetzt aber. Bin getrausend! Tja, da wär' ich tot. Oh, die sehen dich nicht. Scheiße, ich... Hä? Na toll, mein Messer-Kill wurde natürlich unterbrochen. Ja, ich hab's gesehen, aber eigentlich dürfte das nicht sein, wenn du mich fragst. Ja, wenn du mich fragst, auch nicht. Aber alles ist leider so. Und warum sitzt dieser blöde Sister-Bliss-Idiot jetzt da rum und tut nix? Jetzt switche ich eben auf den anderen. Ich bleib mal. Ah, jetzt bewegt er sich. Ah, alles klar. Vielleicht hat er nur kurz was geguckt. Ne Nachricht gibt's oder Whatsapp. Das ist ja heutzutage so, ne? Ich bin getroffen! Oder eben mal schnell am Roten geklebt. No one comes back, eh? Ja. Ja. Ja, los! Schnappi dir! Na los! Renn noch hin! Yeah! Gut! Gewonnen! Gut. Nichts gemacht, aber... Ja. Kennt man ja von uns. Irgendwie. Äschen wie. Nur, ich hab mir ganze Menge gemacht. Ich hab dem einen Sinne eine Exekution gelassen, weil... weil er halt so schön erfolgreich war. Ich hätte ihn zu ihm auch stehlen können, aber ich tue das ja nicht. Außer bei dir. That's very nice, Kazooja. Ja. Ich hasse Bustippo. Wirklich. Ich hasse es. Ich verstehe es nicht. Rein optisch ist es ne schöne Map. Will ich gar nicht bestreiten, aber ich weiß nicht. Der Aufbau, alles nervt mich hier. Erläutere das doch mal im Detail und begründe bitte, warum die diesem Map nicht gefällt. Was genau findest du nicht so ideal? Ja, das ist ja kein Argument gegen die Map-Do, ne? Do, 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 do. Ich muss hier killen. Sie sind da. Ja, Mann. Einer ist noch da. Der ist weg. Der Amtsschnapp. Der Amtsschnapp. Ja, genau. Halt, halt. 1000 Dritte. Ich habe ihn. Können da brechen. Aber wir haben gewonnen. Aber das war trotzdem gerade wieder so ein bisschen seltsam, da einige Gegner abgehauen sind und neue sind dazu gekommen und so. Deswegen, naja, war jetzt vielleicht nicht gerade der eleganteste Sieg, aber wir haben es geschafft. Das war mein Mikro wieder ein bisschen einstellen hier. Ich habe es ja eben ein bisschen umpositioniert, weil ich die ja voll ins Ohr gekaut habe. Mich stört das nicht. Schreibt das in die Kommentare. Würde es euch stören, ne, wenn die Elodia da bei einem Schips fressen wäre, während sie zockt? Macht eine Abstimmung. Und da ein Teilnehmer wird ein PS-One-Spiel verlost. Also los geht's. Ich frage mich irgendwann, wenn ich die ganzen PS-One-Spiele hernehmen will. Aus meiner eigenen Sammlung. Ich habe auch einige Schicksal geschickt. Oh, toll. Sie haben das. Ich flankiere sie. Ich glaube, das ist ein Habgehakt. Ein Habgehakt. Gäbe es ihnen richtig ordentlich von hinten, ne, so wie es das gehört. Hilfe, wo seid ihr denn? Wo ist das Team? Die greift mich hier an. Ich sehe hier gerade einen sehr lustigen Grafik-Bug, wie ein Pfeil schwebt über deinem Kopf, wie ein Heiligenschein. Das ist ja nass. Ja, das sieht echt lustig aus. Mann, dass ich auch nie mal einen Kopftreffer landen kann. Die sind hier. Darf ich doch ein Pfeil. Sagt mal, darf ich fragen, wo ihr seid? Es passiert doch eigentlich hier alles. Darf ich mal ganz groß fragen, wo ihr seid? Cholst du ihn schön und springst immer weg und yeah, er hat ihn verbrannt. Achso, du bist tot, Kasi. Ja, schon lange. Ich bin doch wieder als erstes gestorben, so wie immer. Dann habe ich dir ja jetzt völlig unberechtigterweise hier Vorwürfe gemacht. Die haben gewonnen, Mann, und deswegen, das ist alles in Ordnung. Meine Teile. Danke. Das könnte eventuell eine sehr kurze Runde werden und das sieht, dass wir sie diesmal gewinnen, anstatt sie zu verlieren. Aber mal schauen. Ja. Wäre auch mal Premiere. Weil es nicht gut wäre, denn ich brauche dringend viele Teile, weil ich sehr viele Vorräte brauche. Denn sonst habe ich ganz viele hungrige und kranke Leute in meinem Clan. Und ich spiele immer noch für die Trophäe, ja, deswegen wäre das sehr unglücklich. Aber schauen wir mal, was passiert. Oh oh. Ich weiß, was gleich passieren wird. Hier unten ist einfach scheiße hinzugehen. Ich mache den Fehler immer wieder. Ich gehe jetzt gleich woanders hin. Ich gehe jetzt da nicht mehr hin. Das ist blöd. Da hast du recht. Ich gehe jetzt auf die andere Straßenseite und gehe da irgendwo hin. Wobei die sind da auch ausnahmsweise jetzt nicht, so wie es aussieht. Oder? Na. Keiner da. Sie sind da oben bei der Brücke mindestens zwei. Na schön. Ich versuche mal mich von hinten und so, ne? Verstehst du? Ich versuche es auch. Die kommen zu mir, die kommen zu mir, oder? Ich habe auch einen guten Punkt, wo ich mich anschleichen könnte in der Theorie. Gut, ich komme. Ich komme. Na, die haben das bestimmt gesichert hier. Wie? Ne Festung? Viel Spaß. Zwei auf einmal erwischt. Ach, hier. Lass mir noch was über. Wow, die gehen jetzt alle auf meine Richtung. Ich glaube, das ist ja wohl nicht. Das war ja mal wieder eine. Wo bist du? Nicht da. Gut, haben wir gewonnen. Schöne Sache. Ja. Das war doch mal ein guter Erfolg. Über Abos, Likes und Kommentare würden uns sowohl der Gazooja als auch ich sehr freuen. Bleibt uns erhalten und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ne? Das hoffe ich auch. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Wir würden uns freuen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020